Wir kommen von Deutschland und bleiben hier für acht Tage und das Wetter ist sehr schön und wir haben Ferien und wir wollen uns Gibraltar angucken und die weißen Dörfer und waren auch schon im Atlantik schwimmen und erholen uns hier gut. Das Hotel ist sehr schön, verehrte Costa Luz und jetzt wollen wir in die Stadt Kornil laufen. Von Freunden gehört, dass es hier schön ist und waren dann im Reisebüro und haben uns das Hotel hier empfehlen lassen. Der Strand ist sehr schön, der breite, weite Strand und die Leute sind sehr freundlich hier und wir können uns viel angucken. Wir wollen uns hier die Stadt angucken und die Dörfer im Hinterland. Es ist sehr schön hier und wir freuen uns, dass wir hier an der andalusischen Küste sein können.